Bei dem anderen bin ich mir jetzt nicht sicher. Schauen wir mal rein. Der lädt jetzt erstmal. Dann nehmen wir eine Seite raus. Achso, der kommt hier unten. Noch ein. Noch ein. Ich glaube, wir brauchen acht Stück. Das heißt, ich muss noch mal Sand durchjagen hier. Weil wir brauchen ja zwei Bricks. Das können wir ja durchjagen. Hier klären wir mal. Das ist ja erst ein dieser Brick. Wir brauchen noch einen zweiten. Genau, zwei Stück. Und dann haben wir bald unsere Lava. Da kriegen wir auch bald nachts Strom. Das ist schön. Sand müssen wir durchjagen. Haben wir noch Sand? Nein, ich glaube nicht. Haben wir noch Steine? Ja. Die hatte ich. Wir haben noch ein Cobblestone. Ach, einen Sand haben wir noch. Der eine Sand hatte doch gelangt. Und ich glaube, wir haben eh noch Silikondioxid haben wir doch eh noch dran. So. Okay. Packen wir hier nochmal Silikon ran. Und nochmal. Ja, Eisen sollte lang. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Dann können wir das Rezept nehmen wir auch schon mal rausnehmen. Packen alles hier rein. So. Und jetzt gucken wir. No Receipt. Aber er lädt. Verbraucht nichts. Er zeigt da immer an, wie viel Strom er verbraucht für ein Rezept. Genauso wie viel er hier verbraucht, um eine Sache zu dekompressen. Gut. Dann machen wir hier unseren zweiten Brick. Also, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin, weil so können wir uns nämlich im Prinzip alles herstellen, was wir brauchen. Sollte zumindest natürlich funktionieren. So. Dann packen wir das mal dahin. Das werden wir nämlich jetzt testen. Wir gucken nämlich mal, ob wir jetzt uns... Achso. Mein Chem. Da müsste doch dieses Buch mit aufgeführt sein. Hier sind die ganzen... Ja, ne? Was man alles rausbekommt. Da ist das Buch. Chemist Journal. Dafür brauchen wir ein Buch und ein Glas. Ein Buch stellen wir uns her. Vielleicht können wir das direkt... Das kann man sich direkt chemisch herstellen. Aus... Okay. Und aus Zellulose. Nein, das machen wir nicht. Wir stellen uns das her aus... Das ist das einzige. Drei Papier und ein Leder. Papier stellen wir uns her aus... Sugar Canes. Haben wir sowas sogar. Nein, ich glaube nicht. Ähm... Na. Wo waren wir jetzt hier? Ähm... Sword Dust. Das könnten wir eventuell bald kriegen. Ähm... Aber man kann es auch chemisch herstellen. Aus Zellulose, 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 Zellulose. Acht Papier. Zellulose hatten wir ja. Durch die Leafs. Jagen wir nochmal zwei Leafs durch. Einmal... Ach, ein Leaf langt schon. Dann haben wir hier Zellulose. Dann legen wir hier... Drei Zellulose hin. Legen die da unten rein. Das ist nur das Rezept. Hier die vier Zellulose. Da haben wir schon mal acht Papier. So. So einfach geht das. Ähm... Dann legen wir die Zellulose da rein. Dann haben wir das Papier schon mal. Die Frage ist, äh... Was jetzt Leder kostet? Ähm... Interessante. Ein Chemical Bucket. Ein Buch. Äh... Zellulose. Ne. Will er mir jetzt alles hier anzeigen? Ich will doch Keratin. Pens. Genau. Haben wir... Mob-Sachen? Nein, aber vielleicht... Was bekommt man denn aus Worten? Flash Usage? Da bekomme ich... Äh... Okay, das ist nicht Keratin. Schade. Ähm... Wir haben aber auch keine Mob-Klamotten, ne? Hm, 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 hm. Ah, dieses Keratin. Das nervt mich jetzt gerade. Was ist das so? Ähm... Oh Gott. Okay. Okay. Hm. Also natürlich aus Leder bekommt man das raus. Dann bekommt man das aus diesem Chemischen Bucket raus. Aus einem Buch bekommt man Zellulose. Und Keratin und Keratin und keine Ahnung wie. Item Frame, so was haben wir auch nicht. Also im Prinzip überall, wo Leder drin ist. Was? Haben wir da irgendwas? Das ist ein Boxshelf. Haben wir auch nicht. Was? Achso. Boxshelf. Ein Buggy Wheel. Okay. Ach, da brauchen wir ja auch Leder. Quasi überall, wo Leder drin ist. Aber da haben wir nix. Da? Ach, ein Apiary. Von Pim. Da ist auch Keratin drin. Baut man den mit Leder? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ach, mit Item Frames baut man den. Okay. So. Ach, jetzt muss ich eigentlich wieder Keratin. Gucken wir mal weiter. Vielleicht haben wir zufällig irgendwas da. Nein. 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 Äh. Hagenleder haben wir auch nicht. Nein. Convoyer Build haben wir nicht. Ich glaube, wir haben nichts da. was gehen würde. Das sind nämlich einfach nur die Sachen, wo Leder drin ist. Nein. Ähm. Haben wir irgendwas mit? Ich wüsste auch nicht, was jetzt in Frage käme. Hm. Schade jetzt eigentlich. Also werden wir aufs Buch erstmal verzichten müssen. Ist da vielleicht mal einer der Mobs draußen, aber ich glaube, die sind nie angezogen. Wir haben doch hier eine schicke Rüstung, aber ich glaube, da ist kein Leder drin. Ah, die werden wir jetzt nicht zerlegen. So. Gut, aber auf jeden Fall können wir uns das jetzt herstellen. Das Papieren. Jetzt habe ich schon wieder so viel Müll angesammelt, äh, den ich nicht unterkriege. Äh, 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 wir brauchen mehr Platz. Wir brauchen mehr Platz. Hier habe ich auch schon alles voll. Sollen wir da mal die Auge-Liefs rein. Und wo ich gerade das Essen hier gesehen habe, wir sollten mal eins, zwei, drei Brote essen. Damit wir hier nicht verhungern. So. Gut. Dann, äh, weiter in Kont. Wir brauchen ja Lava. Hm. Magma. Mag- Magma. Ja, so. Magma-Cruise-Bild. Dafür brauchen wir einen Machine-Frame. Der war aus Eisen. Aus Glas. Das wir gerade nicht haben. Ich brauche doch noch mal Sand. Wir haben noch mal drei Gravel. Hier hat man noch einen Cobblestone. Machen wir noch einen Gravel raus. Dumm-di-dum-di-dum-di-dum. Ach, kommt direkt Sand raus. Was kommt denn aus Gravel? Flint wahrscheinlich. Aber da sollte auch Sand rauskommen. Ach ne, das hatte ich ja nur hier angestellt, dass da auch Sand rauskommt. Äh, okay. Ja, dann haben wir hier noch mal drei Flint. Die wir, ähm, hier reintun. Dann brauchen wir doch noch mal Cobble. Aber ich glaube, ich hatte Cleanstone hier reingerauen. Da. Eins, zwei, drei. Kleinen Hauen. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Unser Spitzer kann es auch mal wieder aufladen. Zack. So. Äh, nein. Hier rein. Nein. Äh, da rein. Hm, 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 hm. Da brauchen wir aber lange jetzt. Geht da unser Strom schon wieder zu neig? Wie kann das sein? Nee, dürfte eigentlich nicht. So. Drei. So. Und was kam noch mal in die Mitte? Ich glaube, ein Kupfer, ne? Kann da ein Kupfer in die Mitte. Probier's mal aus. Oh. Immersive Engineering. Nein, da kam kein Kupfer in die Mitte. Was kam denn da in die Mitte? Für den Machine Frame? Äh, ein Tin Gear. Ah, okay. Okay. Ähm, nehmen wir die noch mal beiseite. Zwo, zwo, zwo. Äh, nein. Eisen. Äh, vor allem, warum mache ich jetzt zwei Tin Gears? Ich bin ja so schlau. Och, Mensch. So. Unser Machine Frame Basic. Den haben wir. Dann. Ähm. Ein Leadstone Energy Cell. Da bin ich sowieso überlegen, ob ich da noch mal mehr von baue. Äh, Lead Inget, nochmal Glas und Block of Redstone. Redstone haben wir ja mehr als genug. Einmal. Mal zweimal. Machen wir nämlich zwei. Warum wir nämlich direkt zwei Frames und dann zwei Zellen. Dann war das Lead und Glas. Das heißt, ich muss nochmal. Lead haben wir, glaube ich, hier noch. Oder haben wir fertige Ingets? Da haben wir vier. Nein. So rum. Ähm. Ich mache aber nochmal vier. Und jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Och, Mensch. Hallo. So. Nein. Du kommst da wieder rein. So. Ähm. Und wir brauchen nochmal Glas. Also nochmal Stein. Oh. Das wird aber wenig. So. Dann nochmal hier. Noch mal ein paar Steine machen. So. Tuck, 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 tuck. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh. Spitzhacke wird geladen. Wurde geladen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann ist er am Schritt auch schon fertig. Machen wir den auch mit. So. Dann ab in den Pulverweiser. Und mal einen Schluck trinken oder so. Wäre nicht verkehrt. Ach. Oh, so ein Schluck Kaffee. Morgen. Wobei es ist ja schon Mittag. Ich war ja schon fleißig arbeiten heute. Muss aber nachher nochmal ran. So. Über die Nebengeräusche hier nicht wundern. Das ist bei mir manchmal so. So. Ich habe nochmal Sand. Ähm. Acht. Sechs. Nehmen acht. Die Reste packen wir mal da rein. So. Einen brauchen wir für hier. Einen sparen wir uns mal auf. Dann. Äh. Äh. Und einen Redstone Reception Coil. Okay. Gold haben wir. Hatte ich irgendwo gesehen. Ne. Das ist Bronze. Da haben wir schon Elektrum. Äh. Gold. 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 Haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Also daran soll es nicht scheitern. So. Redstone. Ein Gold. Der kommt schon mal da rein. Und dann brauchen wir Invar. Haben wir noch Invar. Zwei ganze Invar. Das ist nicht viel. Dann müssen wir nochmal Invar machen. Invar war Eisen und Ferros. Haben wir nochmal Eisen. Hier. Ich glaube zwei Eisen. Ein Ferros. Ach hier haben wir noch Pulver Charcoal. Vom Stahl. Ähm. Zwei Eisen. Zwei. Zwei. B audiobook. Zwei.